Okay, bitte alle Augen auf mich. Hättest du Angst vor Pantomime? Überhaupt nicht. Könntest du die Chippendales pantomimisch darstellen? Die machen die, die machen wahrscheinlich so. Das ist schon mal extrem gut. Die werfen was auch immer, Kleidungsstücke. Du kannst dich beraten. Hätte ich jetzt beraten. Ich habe noch ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Zum Schluss unserer Gesprächsrunde. Und zwar habe ich auf diesen Karten vorbereitet. Ein paar Filme, die ihr bitte, so wie du jetzt Michi, pantomimisch darstellen dürft. Wer möchte beginnen? Ich beginne gern. Bitte liebe Michou. Aufpassen. Hut, der Pfarrer. House of Cards. Ich bin als nächstes dran. Oder? Weil ich gewonnen habe. Karate-Kette. Ja! Jetzt weitermachen. Bitte, jetzt bist du weiter. Natürlich. Findet Nemo. Swimmingpool. Der Hai, der weiße Hai. Wanns. Sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Okay, bitte alle Augen auf mich. King Kong. Ja. Sechstens. Super. Obwohl die Gorillas ja mit offenen Hand sprechen. Achso, Entschuldigung. Ich bin nicht so, ich bin nicht Dr. Ich kann oft, ich habe Biologie studiert. Achso. Das auch noch. Das auch noch. Bitte das nächste Mal mit der Cornelia Dvorak. Bitte vorher absprechen. Ja, wie man das genau macht. Das wäre sehr schön. Cool. Wieder was gelernt in der heutigen Runde. Das freut mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.